Hi, schön, dass ihr da seid. Es gibt mittlerweile einen anderen YouTube-Kanal für ungeschnittene Videos. Den findet ihr hier? Oder hier? Mal sehen. Und ich bin nicht hinterhergekommen, Videos zu schneiden. Warum ein neuer Kanal? Auf YouTube ist es nicht gut, wenn die Videos nach nur kurzer Zeit wieder weggeklickt werden. Also auch wenn ihr ein Video anklickt und nur ein Like vergebt und das Video dann wieder schließt, ohne eine Minute zu gucken, ist das sehr schlecht für Videos und den Kanal. Das passiert bei langen Videos leider doch recht häufig, was in den Analysen gut erkennbar ist. Versteht mich nicht falsch, ich finde jeden Like und jeden Kommentar großartig und ich versuche auch alles zu lesen und auf alles zu reagieren. Nur möchte ich auch wirklich Reichweite aufbauen und das klappt nicht, wenn die Videos nicht zu mindestens einen gewissen Prozentsatz geguckt werden. Am besten natürlich komplett. Auf dem neuen Kanal landen ab sofort alle langen Gameplay-Sessions, immer noch nach Spiel sortiert, so wie ihr es von hier kennt. Dazu gehört Sekiro, das gesamte ungeschnittene Escape from Tarkov-Material, Lies of P, Brotato und 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 was noch alles da so unterwegs ist. Und es fehlen ja auch noch ein paar Bosse in From-Software-Spielen, wie Dark Souls 2. Die Challenge, dass ich alle From-Software-Bosse besiegen will, die läuft noch und das will ich auch schaffen. Und da werden die Videos eben auch noch veröffentlicht, nur eben nicht mehr auf diesem Kanal. Lediglich Elden Ring möchte ich noch hier veröffentlichen, weil es einfach nicht mehr lange dauert und dann ist das komplett als Playlist zu finden. Das ist glaube ich besser. Und ich kann euch zukünftig natürlich Spiele präsentieren, die ich bisher gar nicht auf dem Kanal veröffentlicht habe, weil es keinen Sinn gemacht hätte, zwei oder drei Stunden irgendein Gameplay hochzuladen, das dann auf YouTube nicht geguckt wird. Auf dem anderen Kanal ist es dann nicht schlimm, wenn es nicht geguckt wird, weil es macht ja nichts in dem Fall, stört ja den Kanal nicht. Dazu gehört zum Beispiel Hollow Knight. Okay, nun, warum bin ich nicht mit dem Schneiden hinterher gekommen? Ich habe meinen Computer neu installiert, Windows 11 und ich bin wahnsinnig viel am Fluchen die letzte Woche. Auf Fehlerfindung, ich habe Einstellungen machen müssen, die unter Windows 7 mal ein Thema waren bei Microsoft. Unter Windows 10 war das kein Thema mehr. In Windows 11 haben sie es wieder geschafft, diesen Fehler hervorzurufen. Man fragt mich nicht. Es ist wild. Ja, und deswegen habe ich die letzte Woche keine Zeit zum Videos schneiden gehabt. Jetzt habe ich natürlich haufenweise Videomaterial rumliegen, das darauf wartet, bearbeitet zu werden. Ich hoffe, ich komme möglichst bald dazu, mich damit auseinanderzusetzen, sonst häuft sich das nur immer weiter an. Am Ende habe ich noch eine kleine Bitte, die ich normalerweise weglasse in all meinen Videos, weil ihr selber wisst, was ihr tut und ob es euch das wert ist. Abonniert den Kanal und teilt ihn mit Familie und Freunden. Vielen Dank, einen schönen Tag wünsche ich euch oder Nacht oder was auch immer und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.